Musik Auch heute sage ich wieder herzlich willkommen zu einem Highlight-Spezial in ZDF Kultur vom Berlin Festival 2011. Wir widmen uns heute in einer vollen Stunde einem Künstler, der Elektro-DJ-Produzent ist, ein Label betreibt und ganz, ganz gefragter Remixer ist. Ja, und sein Auftritt im letzten Jahr war eines der Highlights beim Berlin Festival. Die Latte lag also hoch. Ich kann mal sagen, im Vorfeld, er hat auch dieses Jahr abgeliefert. Wer lesen kann, könnte sie schon ausrechnen. Wer kommt, viel Spaß mit Boys Noise. Doktor, could you tell me that story again about those people making Spain blues? Oh, 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 oh. The history of book game-bait dancing goes back to about 1974. A very young Michael Jackson appeared on television, doing the robot to the Jackson 5's hit, Dancing Machine. In the summer of 1977, another powerful influence came along, Shields and Yarmel, who were two very talented minds. They were first seen performing in San Francisco S-Union Square and went on to make a number of guest appearances on television, culminating in their own summer show in 1977. They did their own version of the robot, moving only one part of their body at a time and fighting a boss before like they were on meals. Many people who were watching a ghost are not only lying, but dance, 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 dance. En mit Sitzung Echstasy 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 มา für mich Ecstasy, 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 One for me Ecstasy, 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 One for me I'll take it Now do 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 it Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's. Das war's. Das war's.